Ich als Gynäkologe, ich sage es ja immer wieder, Männer brauchen wir eigentlich nicht, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Wir sind ein bisschen optional. Wie das genau funktioniert, als Frau ohne Mann schwanger zu werden und Kinder auszutragen, das erzähle ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, heute schauen wir uns mal an, wie eine Samenspende funktioniert, was für rechtliche Aspekte es gibt, was für Kosten, wie so ein Ablauf ist, wie das überhaupt funktioniert. Und darauf freue ich mich, denn da gibt es einige Punkte zu beachten. Aber ja, so viel sei vorweg gesagt. Eine Frau, die ist unumgänglich. Die braucht mehr, um schwanger zu werden. Wir brauchen eine Gebärmutter, wir brauchen Eizelle etc. Männer brauchen wir so mäßig, denn wir brauchen eigentlich nur die Samenzellen. Und davon gibt es relativ viele. In so einem Ejakulat stecken bis zu 30 bis 40 Millionen Samenzellen. Und wenn man die alle von ein paar Männern konservieren würde über Jahrzehnte, was funktioniert, indem man sie kryokonserviert, dann hat man sehr lange Ressourcen, von denen man die Menschheit existieren lassen könnte. Aber genug geschwafelt, jetzt gehen wir mal in den Deep Dive. Fangen wir mal basic an. Was ist eine Samenspende? Ich glaube, da kann jeder so ein bisschen was mit anfangen. Es gibt Männer, die stellen ihren Samen zur Verfügung für Paare, die entweder nicht schwanger werden können oder keine männliche Person haben, um schwanger zu werden oder das auch nicht wollen. Und da bedient man sich eben eines Fremdsamens. Es ist also die Möglichkeit, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, ohne eine männliche Bezugsperson. So könnte man es vielleicht auch formulieren. Und da unterscheidet man zwischen einer anonymen Spende, sagt der Name auch schon. Da ist der Spender nicht bekannt, weder für die Mama oder die Eltern noch für das Kind. Und es gibt eine offene Spende. Und hier ist der Kontakt möglich zwischen den Eltern und zum Beispiel auch dem Kind. Da gibt es aber auch wieder ein paar rechtliche Aspekte, zu denen komme ich gleich noch. Kleiner Funfact. Wusstest du, dass es nicht nur Dating-Apps gibt, sondern auch Apps für potenzielle Samenspende? Ganz ohne Swipen kann man sich da quasi nach Bild einen Mann oder den potenziellen Kindsvater aussuchen und dann eben dessen Samen bestellen. Dann kommen wir langsam mal zu dem Kernthema der Ablauf der Samenspende. Du kannst dir vorstellen, dass man in erster Linie auch erstmal so eine Art Gesundheitscheck machen sollte und muss. Das betrifft natürlich auch uns Gynäkologen und Gynäkologinnen, die einmal schauen müssen, Infektionserkrankungen sind ausgeschlossen. Man muss über den Gesundheitscheck erstmal verfügen. Also ist man in der Lage, eine Schwangerschaft überhaupt auszutragen. Und es gibt bei vielen Paaren natürlich auch die psychologische Unterstützung. Und hier einmal Termine zu machen, um zu gucken, gerade wenn nur ein Partner genetisch beteiligt ist, dass es vielleicht nicht funktionieren kann, dass man darüber spricht, was man da gerade vorhat. Also hier ist der Körper und die Seele erstmal im Fokus, dass man guckt, ist man hier im Gesundheitszustand so, dass man dieses Vorhaben auch umsetzen kann. Und dann, wenn das alles soweit steht, dann müsste man ja überlegen, gut, wie komme ich denn jetzt an diese Samen ran? Also geht es jetzt um die Spendersuche. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten im Grunde. Also zum einen gibt es da zertifizierte Samenbanken oder auch Kliniken, die auch mit solchen zertifizierten Banken zusammenarbeiten. Das ist dann alles hochoffiziell. Kliniken, die vor allen Dingen Reproduktionsmedizin im Haus haben, also Kinderwunschklinik zum Beispiel, arbeiten sehr oft mit solchen Banken zusammen. Macht ja auch einfach Sinn. Das Gute daran ist, das ist alles hochoffiziell. Man weiß, das ist seriös. Man weiß auch, dass die Gesundheitsvoraussetzungen auch beim Spender eben erfolgt sind, dass hier keine Infektionserkrankungen vorliegen etc. pp. Ist also wirklich, ja, du kannst es dir so vorstellen wie TÜV geprüft. Dann gibt es noch die anonymen Spenden, dass man das Ganze also fernab unter dem Radar der offiziellen Leitlinien macht. Und das kann natürlich rechtlich ein bisschen schwieriger sein, wozu wir gleich kommen. Und auch natürlich ein paar mehr Risiken bergen, was so auch Infektionserkrankungen etc. angehen, weil man hier eben nicht dieses offizielle, ich nenne es wieder TÜV-Siegel, auf der Bank stehen hat. Dann kommen wir noch mal zu den rechtlichen Dingen. Es ist ja wirklich ganz schön komplex, wenn man sich überlegt, da ist man auf einmal 15, 16 Jahre als Kind und kriegt mit, ich habe einen biologischen Papa, der aber nicht der Papa oder die Mama ist, die ich von zu Hause kenne und will vielleicht doch wissen, wer ist denn das eigentlich? Und deswegen gab es auch vor einigen Jahren, 2018, ein Passus im Samenspenderregistergesetz, dass die anonyme Spende in Deutschland nicht mehr zulässig ist. Denn Kinder haben ab dem 60. Lebensjahr ein Recht auf die Identität, also ihre Herkunft des biologischen Vaters. Aber auch wichtig, das Kind hat keine Unterhaltsansprüche an den Spender zu richten. Das geht eben nicht. Dementsprechend hat der Spender eben auch keine Unterhaltspflichten oder andere Verpflichtungen gegenüber dem Kind, was gezeugt wurde mit seinem Samen. Auch noch interessant und ein bisschen Konfliktpotenzial, bei einem verheirateten Paar, was jetzt vielleicht auf biologischem Wege nicht schwanger werden kann und sich auf die Samenspende zurückziehen, muss der Ehemann diesem Vorhaben offiziell zustimmen. Als alleinstehende Frau brauchst du diese ganzen Formalitäten nicht, aber in einer Ehe muss der Mann quasi zustimmen, dass das so auch mit ihm abgesegnet ist. Und dann gibt es andere Länder, bei denen ist die anonyme Spende auch weiterhin legal. Nehmen wir zum Beispiel mal die USA, was natürlich für einige recht attraktiv ist, warum sie das nicht in Deutschland machen, sondern in Umländern oder sogar über dem Atlantik fliegen. So, wie läuft das Ganze jetzt rein praktisch ab? Man hat jetzt, weiß ich nicht, sein Sperma rumliegen und weiß jetzt gar nicht, was mache ich denn damit? Das macht man mit einer sogenannten Insemination. Das kann man sich vielleicht auch schon so ein bisschen übersetzen in Seminare. Also irgendwie macht man irgendwie den Samen irgendwo rein und das ist vom praktischen Ablauf wirklich so banal, wie ich es euch jetzt erzähle. Wichtig ist halt das Timing. Das heißt, man braucht ein gutes Zyklus-Monitoring bei der werdenden Mama. Ich muss wissen, wann ist denn ungefähr der Eisprung? Vielleicht sogar medikamentös den Eisprung auslösen. Kommt ja ganz darauf an, ob es jetzt auch Zyklusprobleme gibt oder ob das ein Schweizer Uhrwerk ist und man kann den Eisprung zum Beispiel ganz gut tracken und dann wird der Samen aufbereitet. Also entweder gibt ein Spender das relativ frisch ab oder es kommt in den meisten Fällen tiefgefroren, irgendwo eingeflogen oder eingefahren per Post und dann werden diese Samen aufbereitet. Das heißt wirklich, nur die beweglichsten, agilsten Samenzellen werden genommen, in eine Flüssigkeit übertragen, die in einen kleinen, langen Katheter kommt und dann wirklich ganz banal, wie man sich so vorstellen kann, Moment. Und dann wird das Ganze in, sieht man das, die Gebärmutter eingeführt und ausgelöst. Die Samenzellen kommen also direkt an Ort des Geschehens in die Gebärmutter rein und hier im Eierstock ist ja die Eizelle dann irgendwann auf dem Weg, also der Weg von Vagina über Gebärmutterhals, der wird schon mal ausgelassen, macht es den Samenzellen natürlich extrem viel leichter. Danach liegt man meistens als Frau so 10, 15 Minuten auf dem Rücken, vielleicht sogar erhöhtes Becken, damit die Samenzellen auch schwerkrafttechnisch wirklich es noch einfacher haben, an den richtigen Ort zu kommen. Und zwei, drei Wochen später kann man dann einen Schwangerschaftstest machen und gucken, ob es funktioniert hat. Jetzt wirst du dich fragen, der Ablauf ist ja jetzt nicht so ganz komplex, wozu brauche ich denn dann eine Klinik, das kann ich doch alles irgendwie auch zu Hause machen. Und ja, in der Theorie, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, geht das auch. Und das wird oft eben bei den privaten Spenden so gemacht. Wichtig ist hierbei, da ist natürlich der Katheter, der in die Gebärmutterhöhle kommt, keine gute Option. Hohes Verletzungsrisiko. Also, was die meisten machen, es gibt online tatsächlich Inseminations-Sets für zu Hause, die auch relativ steril verpackt sind. Und da wird einfach die Samenzellen in die Vagina appliziert, also wie es eigentlich beim Geschlechtsverkehr auch passiert. Und das Prozedere danach ist eben im Grunde das Gleiche. Kleiner Nachteil vielleicht, ja, es sind nicht die aufbereiteten Samenzellen, sondern es ist das Ejakulat oder das Sperma, so wie es gekommen ist. Man hat ein höheres Infektions- und Verletzungsrisiko, weil man natürlich da so etwas blind links das Ganze macht und auch nicht geübt darin ist wahrscheinlich, so wie die Reproduktionsmedizinerin und Mediziner in einer großen Klinik. So, wie hoch sind denn jetzt eigentlich die Erfolgschancen dabei? Und da kannst du dir auch vorstellen, okay, wenn ich das jetzt in so einer Klinik mache mit aufbereiteten Sperma und direkt in die Gebärmutterhöhle, dann werden die Wahrscheinlichkeiten ja doch etwas höher liegen. Und tatsächlich spricht man so von 15 bis 25 Prozent Erfolgschancen pro Zyklus. Wenn ich das Ganze jetzt zu Hause mache, hängt es natürlich voll davon ab, wie mache ich das? Mache ich das richtig? Oder spritze ich die Samenzellen sonst wohin? Und was sind das für Samenzellen? Etc. Deswegen sind hier die Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich etwas geringer anzusehen. Was kostet das Ganze und wird das jetzt von den Krankenkassen übernommen? Also, da gibt es jetzt keine gute Pauschale. Man kann so mit 500 bis 1000 Euro pro Zyklus rechnen. Das beinhaltet alles, was wir eigentlich gerade aufgezählt haben. Also von der Voruntersuchung zur Spende, zur Anwendung mit der Insignation, etc. Du wirst vielleicht schmunzeln und lachen und sagen, bei mir war das aber viel, viel teurer. Ja, das gibt es eben auch. Viel günstiger wird es nicht sein. Da können wir uns eigentlich auch festlegen. Aber so roundabout, 500 bis 1000 Euro pro Zyklus, auch wichtig, kannst du mit rechnen. Von den Krankenkassen hast du wahrscheinlich nicht so viel zu erwarten. Bei manchen heterosexuellen verheirateten Paaren zum Beispiel, auch mit einer Erkrankung, warum es wirklich biologisch nicht funktionieren kann, werden die Kosten natürlich übernommen, je nach Krankheitsbild und Gesamtkonstellation. Aber das ist auch sehr, sehr komplex, was die Kostenübernahme bei Reproduktionsmedizin angeht, ist eigentlich nochmal ein eigenes Video wert. Alles, was privat läuft oder auch homosexuelle Paare etc., würden die Kosten nicht übernommen. Und ich weiß, die Diskussion hier wird auch wieder groß sein und die ist auch zu Recht dann groß. Ja, wie du siehst, braucht man die Männer nicht unbedingt, aber sie haben trotzdem ihre Daseinsberechtigung, weil die Samenzellen müssen ja natürlich auch irgendwo herkommen. Es ist aber eine Möglichkeit, die auf jeden Fall gar nicht so kompliziert klingt und auch praktisch nicht so kompliziert ist. Und jetzt würde mich deine Erfahrungen mal interessieren. Habt ihr das mal machen lassen, wie, auf welche Art, anonym, offen, Klinik oder privat. Erzähl mal in den Kommentaren, was bei dir so passiert ist. Dann verabschiede ich mich noch. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wenn dich noch ein Thema interessiert, schreib es mir auch bitte irgendwo in die Kommentare. Sonst sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.